Hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier ist wieder mit einem weiteren video zu prince of persia the lost crown wir haben in der oberstadt ein kleines chakram rätsel zu lösen das machen wir hier im hintergrund bereits vorher ganz easy peasy seite mit dem faschel hochgefahren dafür habt ihr das chakram auch schon gebraucht gehabt damit ihr einfach mal wisst wie das geht so wenn wir dann an den statuen angekommen sind werfen das ding einmal oben in die mitte rein damit die statuen auseinander gehen gehen dann rüber habt ihr gerade gesehen gehabt im video auf die linke seite gehen an diesen flaggenmast heran rüber auf die andere seite dann wieder hier das ganze machen also ich meine ihr seht es ja definitiv im hintergrund bildmaterial was ich da genau warum mache weil dann holen wir nämlich den faschel hier runter und das ist das wichtige damit wir nämlich dann nach oben kommen können dass wir dann nach oben kommen können deswegen muss der fahrstuhl da nämlich herunter gebracht werden dann gehen wir wieder hier von außen wieder ran können ganz oben rüber gehen und wenn wir oben sind dann holen wir unser chakram zurück werfen das einmal dort oben rein und jetzt ist nämlich der andere fahrstuhl herunter gekommen und jetzt haben wir nämlich die lücke nach oben um dann dort weitermachen zu können so funktioniert das ganze rätsel zum anfang wenn man so ein kleines bisschen was ist denn hier los ich habe da aus ein paar minütchen so ein bisschen gesessen gedacht wie funktioniert das genau wofür ist diese eine fahrstuhl da der ist dafür da um uns hier hinzubringen um dann oben ja bereits die lösung zu haben das war quick und dirty eine hilfe zum schack am rätsel in prince of persia the lost crown und ja wenn ihr schon fleißig am zocken seid ne schreibt mir waren sich gerne eure meinung zum spiel unten rein in die kommentare würde mich sehr interessieren ich persönlich bin massiv begeistert vom geben ich finde es ist wirklich massiv gelungen auch wenn es in anführungsstrichen nur ein zeit scroller ist ein spiel was viel spaß bereitet und leute keine sorge das wird noch umfangreich ohne ende kann ich euch jetzt schon mal versprechen ich danke euch auf alle fälle fürs dabei sein denkt natürlich daran wenn euch das video geholfen hat wenn es euch gefallen hat dass ihr den daumen nach oben da lasst dass ihr den kanal abonniert falls ihr jetzt nicht bereits schon getan hat denn genau mit log aktiv verpasst ihr kein weiteres neues video ich danke euch fürs dabei sein und ich sage bis zum nächsten mal so long goodbye keep gaming euer goodie